Und weiter geht's, die Geheimlehre des Buddha. Jetzt sehr seltsam, also ist Gottamabutta das einzige Beispiel von jemandem, der nun, der also nicht geheime Lehren hinterlassen hätte. Als die, die er nun in seinen Wanderungen da in Indien, übrigens nicht nur im Tal, sondern auch zu Berge, verkündete. Das ist keine Ausnahme. Nehmen wir mal eine andere Sutra. Fassen wir uns mal damit. Das sind, ich glaube, 400 Millionen Menschen, die sind ja alle Anhänger des Mahayana, die verehren das sehr, diese Sutra. Aber die gilt buddhistisch, sozusagen orthodox, wie der südliche Hinayana. Schauen wir mal. Die Schriften des Nordens, kann man sagen, enthalten den Beweis auch, jetzt außer dem Buch des Lichts, für die Geheimlehre des Buddha. Schauen wir mal. 400 Millionen Menschen im Norden. Und da haben wir vielleicht 20, 30 Millionen Hinayana-Anhänger im Süden. Wenn man natürlich, wenn die nun wirklich ihre Mahayana, auch die Entstellte, richtig studieren würden und sehen würden, es hat nichts mit Vernichtungslehre zu tun, wäre das natürlich schön. Ich habe ja vorhin auch Bezug genommen auf das Sadharma-Pundarika. Und da ist ja also in diesen Kapiteln auch hingewiesen auf die Geheimlehre des Buddha. Aber schauen wir mal. Der Buddha sagt, du bist erstaunt, Kasyapa, du bist erstaunt, dass du das von dem Tathagata erklärte Geheimnis nicht ergründen kannst. Der hat dem also was erklärt, meine Lieben. Der hat dem was erklärt. Das liegt daran, Kasyapa, weil das von den Tathagatas, den Arhats und so weiter erklärte Geheimnis schwer zu verstehen ist. Schwer zu verstehen ist. Und dann erklärt er weiter der Buddha. Ich bin der Dharmaraja, der als Zerstörer der Existenz in die Welt hineingeboren wurde. Da sehen wir den Shiva-Aspekt des Buddha, der ja natürlich in sich die Supermonare auch enthält. Diese Lehre des Buddha sagt ja, und das ist ja auch von ihm ausgesprochen, dass die ganze Welt um uns herum ist unbeständig. Das Maya, eine Illusion. Die Gründung, oder es ist da eine Gründung all dieser Existenzen, auf das Innere, auf das Geheime, auf das Okkulte, auf das Verborgen, auf das Fundamentale. Um dieses herum bilden sie sich. Sei es jetzt von der Zentralsonne oder um die Monade des einzelnen Menschen. Ihr wisst ja, der Mensch ist ein Mikro-Universum im Makro-Universum. Kleines im Großen. Das wird genannt Sunyata. Dieses Unmanifestierte. Ihr wisst ja, der Buddha hat gesagt, es gibt ein ungewordenes, ungemachtes, unerschaffenes. Wenn es das nicht gäbe, gäbe es für das gewordene, gemachte, erschaffene keinen Ausweg, keine Zuflucht. Und da sagt uns der Buddha weiter, jetzt pass auf, das ist wichtig für die Geheimlehrer. Zitat aus der Dharma Pundarika. Ich erkläre das Gesetz allen Wesen, nachdem ich ihre Aufnahmefähigkeit geprüft habe. Ja? Also, eine ausgewählte Lehre, sozusagen. Und dann sagt er, höhere Menschen mit weisem Verständnis hüten das Wort, hüten das Geheimnis und enthüllen es keinem lebenden Wesen. Oh je. Oh je, hat er nicht gesagt, sage ich. Aber offenbar hat er es gelehrt. Jenen, die bereit waren dafür. Ja? Da sind drin enthalten, sind ja Begriffe wie das Wort, das Geheimnis bewahren. Und da hat er ganz klar gesagt, er gibt eine Lehre, eben seine geheime Lehre, die in ihrer Ganzheit für normale Menschen sozusagen viel zu schwierig ist. Die auch nicht nötig ist übrigens für ihre Befreiung, wie ich das öfteren schon erwähnt habe. So. Und er hat ja auch immer erst die Leute geprüft. Zum Beispiel einen König, ich habe den Namen vergessen, hat er gefragt, sag mal König, er wollte ihn prüfen, ob der intelligent überhaupt genug ist, um überhaupt nur die äußere Lehre zu verstehen. Da hat er ihn gefragt, König, gibt es außer deinen Verwandten und Nichtverwandten noch jemanden auf Erden? Dann sagt der König, ja, mich. Da hat er erkannt, der König hat zumindest ein gewisses Potenzial zu verstehen, wovon der Butter redet. Hätte der König was Falsches geantwortet, hätte der König gesagt, ja, meine Oma oder ich weiß nicht, oder meine Schwiegermutter oder Schwiegertochter, dann hätte er gesagt, ne, dem sage ich das nicht, was ich ihm sagen wollte. Also so hat der Buddha immer geprüft, ja, ob man auch in der Lage war, ja. Und wenn dann jemand das war, dann war es auch seine Pflicht, es nicht an lebenden Wesen weiterzugeben, wenn sie nicht für den Empfang dieser Lehre wirklich intellektuell bestückt waren, ja. Er sagte auch, jene Wissenschaft ist schwer zu verstehen. Schaut mal, der Buddha sagt das, jene Wissenschaft, jene Wissenschaft, welchen meint dann seine Geheimlehre? Ist schwer zu verstehen, die Einfältigen würden verstört werden, wenn sie diese plötzlich hörten. Sie würden in ihrer Unwissenheit vom Wege abraten und in die Irre gehen, sagt der Buddha, ja. Und das sind also seine Worte. Da weist er ganz drauf hin, genau drauf hin, wo, wo, äh, ich will mal sehen, ob ich irgendwo finde, wo er das gesagt hat. Müsste ich nochmal nachschauen, Also, da müssen wir uns dann noch, das kann ich die Stelle nachschauen, die könnt ihr auch selber nachschauen, wo der das sagt, ist alles im Buch des Lichts und auch im Sinn des Lebens, Nirvana, da sagt der Buddha wörtlich diese Dinge, wörtlich, mein Lieben, ja. So, jene Wissenschaft ist schwer zu verstehen, jene Wissenschaft ist schwer zu verstehen. Die Einfältigen würden verstört werden. Jesus sagt, die würden euch zerreißen. Werft eure Perlen nicht vor die Säue. Also, der Buddha hat doch nicht gelehrt, um die Menschen in die Irre zu führen, meine Lieben. Ja. Ja. Das kann man nicht sagen. Sondern er hat es nur denen weitergegeben, die dafür geeignet waren, ne. Also, es gab diese innere Leere. Diese innere Leere des Buddha. Dann sagen die dann ja, die Satarma Pundarika, die abendländischen Gelehrten, das ist eine spätere Zeit. Das ist ein Werk von der mystischen Schule. Das mag schon sein. Aber das entkräftet nicht, dass eine solche Leere der Beschränkung oder, sagen wir mal, der Zurückhaltung überhaupt nicht entstanden wäre, wenn nicht der nördliche Buddhismus schon diese okkulten Denkweise gehabt hätte und diese Anspielungen schon da waren. Und darum kann man sehr wohl sagen, nicht, weil die Gelehrten sind, ja, das ist aber eine spätere Schule. Man kann sehr wohl sagen, dass das auf die Zeit des Buddha und seiner Arhats zurückzuführen ist. das Buch des Lichts sagt auch, das ist auch ganz klar, dass später natürlich spätere Erfindungen oder nur so Spekulationen, ja, das hätte man zurückgewiesen. Das ist alles Teil der Lehre. In allen großen Systemen zeigt es ganz klar, dass die Geheimlehre großer Gründer mit der Zeit dahin schwand. Deshalb auch das Buch des Lichts, um das wieder ganz klar in Erinnerung zu bringen. Das hinter den Aussagen, seht mal, ihr Lieben, das ist so wie in der Bibel, ja, da ist hinter den hinter den buchstäblichen Aussagen, ja, die man so wörtlich nimmt, das ist eine Sache. Aber dahinter ist ein okkultes Wissen, ein geheimes Wissen, ja, Adam und Eva ist nicht Adam und Eva, sondern Adams und Evas, davor war die Rasse Androgyn und so weiter, diese ganzen Dinge, kann man, sind dann sozusagen die geheime Bibel, wenn man so will, die geheime Bibel. Und das Buch des Lichts ist auch der geheime Buddhismus. Und weil die dann da hinschwand, diese geheime Lehre, ja, dann waren später nur die Orthodoxen. Das waren dann theoretisierende Sachen, überlieferte Urkunden, wie man sie halt so bekommen hat, ja, wie viel Mal ist die Bibel umgeschrieben worden? Tausend Mal? Vielleicht zweitausend. Und dann hat man das Ganze nicht mehr begriffen. Ja. Und hat dann gesagt, ja, jetzt darf nichts mehr verändert werden. Ja, nachdem man es verändert hatte. Das ist schön. Das ist ja auch in der Geschichte des Christentums, in der mystischen Geschichte auch, ganz klar zu sehen. Seht mal, und ich wiederhole den Buddha, ich wiederhole ihn, ich spreche ihrem Horizont und ihren Fähigkeiten angemessen, mittels mannigfaltiger Bedeutung, sagt er, ja, also man kann das, die Bedeutung vertauschen, in Parabeln, ja, so wie Jesus sagte, ich spreche zu ihnen in Parabeln, passe ich mich ihnen in meinen Ansichten an, oder Theorien, ja, sagt er, ich spreche ihrem Horizont und ihren Fähigkeiten angemessen, mittels mannigfacher Bedeutungen, mannigfaltiger Bedeutung, vertauschbarer Bedeutung oder Parabeln, passe ich mich ihnen in meinen Ansichten oder Theorien an, sagt er, und wenn ich euch das jetzt hier vorlese, ich kann dann mal, ich wende mal, später, kann ich euch gerne dann auch noch Quellen, mache ich dann eine extra, in einer separaten Lesung, kann ich dann die Quellen da angeben, da braucht ihr nicht so viel rumzusuchen. Also, das hat er gesagt, der Erhabene, ich spreche ihrem Horizont und ihren Fähigkeiten angemessen, mittels mannigfacher Bedeutung, passe ich mich ihnen in meinen Ansichten, also Theorien auch, an. Das ist doch keine geschlossene Faust, meine Lieben, sondern ihr wisst jetzt, das hatte ich vorhin zitiert, das betraf nur gewisse Anordnungen, die, also die Regeln des Ordens betreffen, die Verhaltensregeln und so weiter. Da hat er keine geschlossene Faust gehabt, das hat er auch gesagt. Er hat nicht gesagt, ich habe keine geschlossene Faust, was die geheime Lehre betrifft. Denn da hat er ganz klar gezeigt, dass er eine hatte, beziehungsweise die Hand nur öffnete für wenige. So muss man das sehen und muss das genau lesen, was er da sagt. Also weil der ihn fragte, ja, wer soll denn dein Guru sein? Ja, also die Lehre ist Guru. Ich habe euch alles gesagt, was zur Erlösung nötig ist. Das hat er in der Tat getan. Dann gab es keine geschlossene Faust. Der Rest ist dann so, da hat er fast so ein bisschen gegen sich selbst agiert, weil er auch gesagt hat, es ist doch nicht wichtig, wo wir herkommen oder wie die Welt da nun strukturiert ist. Es ist so, als wenn jemand einen Pfeil abbekommt und der will erst, dass man ihm den Pfeil rauszieht, wenn er weiß, wer der Schütze war oder wie der Pfeil daraus besteht, woraus er besteht oder was für ein Pfeil das ist und so weiter, bis dahin ist er tot. So meinte der Buddha das auch, dass das zur Erlösung nicht nötig ist. Also alles, was Gott am Buddha lehrte, ist wahr. Aber er lehrte nicht alle Menschen alles. Das geschieht jetzt im Buch des Lichts. Und da ist auch keine Gefahr, dass, wenn die meisten, die verstehen das sowieso auch nicht, das ist fast so, als hätte man es nicht gesagt. Macht aber nichts. Macht nichts. Wird schon noch. Der hat alles gelehrt, was notwendig war, um seine philosophische und religiöse Lehre zu verbreiten. Das war auch, habe ich ja erwähnt, das war dann auch in Bezug auf die Verwaltung des Ordens. Da hat er keine geschlossene Faust gehabt. Seht mal, meine Lieben. So müsste das genau lehren. Man kann das gar nicht oft genug wiederholen. Ja? Er hat ganz klar gesagt, nichts hält er in geschlossener Faust zurück. Und diese Stelle der geschlossenen Faust sagt auch nichts weiter, außer es genau das. Nun leiten die Abendländer aus dem Ausdruck geschlossene Faust ab, dass der Buddha sonst nichts zu verkünden gehabt hätte. Keine geheime Lehre. Und auch nicht verkündet hätte. Ja? Und das deshalb auch während seiner Lebenszeit und danach keine solche Schule oder Schülerschaft, Arhats und so weiter existiert hätte. sagt man die Kritiker. Aber das ist eine ja eine Umkehrung der Dokumente die sind historisch. Man muss mal die gesamte Geschichte des Lebens von dem Buddha als das ist ein ganz großer Gegenbeweis. Wenn wir das ganze System des Mahayana des Nordens sehen ganzen Variationen in verschiedenen Schulen Nagarjuna Arya Sangha und so weiter die gehen ja alle geben die eine esoterische Lehre die alle darauf hinweisen dass das nicht alles in jedem gegeben wird. Und das ist ein schöner Beweis für den Sinn oder ein überzeugender Beweis dass in dem Buddhismus der frühen Zeiten eine solche Lehre eine geheime Lehre des Buddha existiert hat die muss man halt zurückführen auf Logik der Geschichte und Eigenheiten der menschlichen Natur und auf den großen Gründen auf Gotthema Buddha schaut mal da gibt es diese Mahaparanibana Sutta das ist eine große Schrift aus dem aus dem Süden Mahaparanibana Sutta und da sind auch Stellen angeführt da werden die Worte des Buddha also zitiert und da kann man natürlich sehen wenn man das genau übersetzt dass dies was ich hier sage bestätigt wird auch die die Formulierung der Lehren in der schriftlichen Struktur wir haben auch eine Schrift des Nordens die behauptet auch sie sind authentische Worte des Buddha warum soll man das beiseite schieben nur damit man die Skeptiker Recht haben in diesem in diesem Nordwerk zum Beispiel da steht ganz klar drin dass die Lehre man sie weitergeben soll klug und sorgfältig aber nicht an alle Menschen nicht an alle Menschen und ein Weiser hat sie zu hüten nicht zu enthüllen das ist natürlich im Buch des Liebes getan wer weiß welches Karma das auf sich zieht aber es ist halt so und das ist dann auch wieder führt das da zurück und sagt ja das muss mit den Schluckers also den Fersen da muss man sehen dass da muss man an die Urteilskraft des Lesers appellieren ob der es überhaupt begreift nicht wahr das setzt man voraus und das setzt man voraus und ich sage es euch ganz offen meine Lieben und das lehrt auch das Buch des Lichts es gibt wohl keine große Philosophie oder Lehre philosophische sagen wir mal Religion welche nicht ein Urwissen als Anfang hatte eine geheime Lehre okkult und das Gegenteil wird nicht dadurch bewiesen dass diese Lehre nicht richtig verstanden wird oder wenn nicht von allen erkannt wird oder auch in einigen Religionen vergessen wurde dafür ist ja das Buch des da das entschuldige es ist schon sehr früh oder sehr spät dafür ist ja das Buch des Lichts da um dies wieder zu erwecken im nächsten Vortrag haben wir wieder ein paar Einwendungen wir müssen ja alles betrachten von allen Seiten her die Geheimlehre des Buddha versuchen zu enthüllen und dann überlasse ich es natürlich eurem Urteil ob der Buddha eine Geheimlehre hatte oder nicht die wird im Buch des Lichts präsentiert die Geheimlehre des